So. Schlüssel haben wir. Weiter geht's. Was haben wir hier noch so? Was ist das denn für eine Platte hier? Hier, sowas gehört von oben gelegt. No. Aber da läuft die ganze Zeit einer, ne? Ohne Scheiß. Oh, was hat er noch? Also, regarding closing of the winekeller. Oh, William and his fool have engaged in the research. Hm. Ich glaube, die haben eben da einfach dieses Zeug fertig gemacht für, ähm, Finger. Um dieses organische Material wegzukriegen. Schau hier, das sieht man überall. Glaube ich, diese Auferstehungs-Story. Außer das jetzt gerade, aber... Ah, hier sind wir gewesen. Aber hier läuft ja niemand. Ui! Doch. Hoi, 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 hoi. Um... Lumpa... Umpetit... Du... Kikiri... Ikiri... Da, Mio! Der spielt hier auf dem Klavier. Mann am Klavier, bestellen wir 5 Bier. Hier hau ich ab. Tschüss. Entrance hall. Das Hand gave way to the tide of blah 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 blah. Blah 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 blah. Was ist das hier? Geht das? Was war denn der Laterne? Hii! Hoi joi joi joi. Hoi joi. Oh mein Gott. Boah. Was war das? Aber hier geht's ähm Wir haben den Schlüssel für den Weinkeller. Und was ist das denn? Promise me. A pot to contain mixtures of all shorts. Okay, alles klar. Und den Schlüssel für den Weinkeller haben wir. Und Öl für die Laterne. Hier ist doch auch irgendwie Licht oder Schatten. Wir haben hier auf jeden Fall jetzt den Schlüssel. Use the key. Unlock it. Ja, alles klar. Hab ich. Oh, Lampe an. Ein Lamp. Was haben wir hier? Ja, weiß ich. Oder benutzt die Streichhalser. Erkennt, hier ist überall dunkel. Und Flashback. Oder? Nee. Warum ist ja alles voll mit Blut? Was ist das? Ah, da kann ich hier Öl nachfüllen. Ah, gau. Sauber. Ja, ist kein Öl mehr drin. Aber das ist sehr gut. Dann haben wir die Lampe auf jeden... Nein, ich bin grad so blöd gewesen und hab nicht ernsthaft die Lampe vorhin aufgefüllt, ne? Scheiße. Oh, richtig dumm, ne? Die Wand an. Bazzi. Das war ja richtig dumm. Und hier ist überall auch so Zeug. Warte, 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 warte. Biele, 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 Biele. Hä? Hä? So. Da ist auf jeden Fall was runtergefallen. Das Fass hier. Und die Steine sind da runtergefallen. Das ist zusammengebrochen. Hold down. Left mouse while moving the left stick to push. Hm. Was würdest du mir da jetzt mit sagen, Keule? Ah, okay. Wollen wir das irgendwie hochnehmen? Ah, okay. Ah, okay. Okay, 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 okay. Jetzt schenk ich's. Aber das krieg ich zwar gegriffen, aber... Da passiert nix. Oder ich mach's einfach so. Ich mach's einfach so. Zieh. Ja, damit. Zack. Nimm. Ja. Wir sind in der... Warte mal. Ich kann nicht die ganze Zeit... Das, ähm... Ding jetzt nutzen. Sonst hier... Haben wir... Problem gleich, glaub ich. Ah, deswegen... Ist das... Ist auch diese Flasche hier. Die Bärbel. Achso, egal. Die Tür geht doch auf. Zack. Ey, ich... War hier noch irgendwas? Ne, ne? Auf dem Tisch lag auch nichts mehr? Ne. Gut. Dann hat sich das hier erstmal wieder geledigt, würde ich sagen. Ja. Wir waren... Ach, hier ist die Treppe. So ist das Schild. Hoch und weg. Dann geht's hier... Ah, ein Lager. Und da ist die Werkbank. Genau. Muss sein, ja, ne? Ja. Wenn es hier... Wo das Fass steht. Moin. Hallo. Hier war mal... Hier war mal... Lasst uns saugen. Ach du Scheiße, was hier denn passiert? My chest is going... Traverse. Stopp. My God. Wilhelm, do something. Wilhelm, do something. Accept it. We're not getting out of here. How can you say that? Alexander, you piece of shit. Let us out of here. Alexander hat die auch umgebracht. Der Alexander mal wieder, wa? Die olle Brennenburg, Alexander. Der hat die auch alle auf dem Gewissen hier. Drecksack. Wilhelm's last words. My name is Wilhelm. Haus auf Gerich. Ah, der ist auch tot. Guck. Wenn wir erkannt, wie man so nachbaut, der o many per half the hundred... Blah, blie, blop, blie, 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 blablabla, blop. Was man sagen kann ist... Wilhelm hat's auch erwischt. Der gute Alte. Harm Jansen. Geht, geht es. Sonst haben wir hier gar nichts, ne? Ne. Was wollen wir hier noch? Hier ist nix. Hier hinter liegt auch nix. Ach, dat ist Wilhelm wahrscheinlich hier. Ich will kein Stück von Wilhelm mitnehmen. Ne, will ich nicht. Aus hier. Was haben wir hier? Was ist das für ein Raum? Lager. Oder irgendwie sowas. Sieht mir auch so nach Bergen. Kommt mäßig aus. Ui, was, 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 was? Wieso macht da einer die Tür zu? Mich schlachsen? Wer? Ich säg den weg. Möchte mich damit wehren? Oh Gott, ist das Dufs da ohne. Hey, wir brauchen das doch. Segulas. Guck, das haben wir auch nicht mehr viele Räume hier noch übrig, oder? Ne, die sind noch hier. Was war... Die nicht aufgeht. Die geht irgendwie nicht auf. Kann die nicht verschlossen zu sein. Ne, die geht nicht auf. Scheiße. Was haben wir hier noch? An enemy is now. Stay out and hide in the darkness. Make sure to turn off let him, if possible. Also das ist ein Gegner in der Nähe. Ja, scheiße. Wir haben hier kein Licht. Kackt die Wand an. Am Ende kackt die Ente. Wo ist der denn? Was fällt da die Decke runter? Hier ist doch keiner. Da steht der. Jus, lande an für Grieche, helft. Jus? Ach, scheiße. Was hätte ich... Laudanum. Ah, okay. Okay. Panity is low. Ich muss im Licht bleiben. Ja, mach an. Hier. Komm. Ui. Ich bin im Licht. Hallo? Ich bin im Licht. Mein Gott. Mach mal ein bisschen. Doch hier rein. Ich hab nur noch einen. Uiuiuiui. Geh mal ein Licht an, ey. Boah, ist das verschwommen hier. Du besinnst ihn, Mann, ey. Kollege. Mach ruhig. Mann, ich kann nicht gegen die kämpfen, ne? So. Boah, Kollege. Ist doch alles gut, ey. Komm, setz dich ans Fenster. Beruhig dich. Ist alles gut. Ist keiner mehr da. Hier ist nix. Oh, die soll Laternen das gleich wieder aus. Das weiß ich jetzt schon. Wir müssen uns beeilen. Ich weiß nicht, ob der ein Gegner ist. Ach, hier ist noch irgendwo einer. Glaube ich. Puh. Ne, hier ist doch noch einer hinter. Ich dachte, hier wäre noch einer hinter, ne? Uiuiuiui. Ja, was das für ein Ort ist, weiß ich auch nicht, Keule. Keine coole auf jeden Fall. Ach, da oben ist noch Schreichhäuser. Warum läuft... Was ist hier für ein Zeug passiert? Die haben da alles gesehen, ne? Einer läuft hier doch Patrouille. Ist er über mir? Lass uns wieder abhauen. Uiuiui. Was war... Lauf, 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 lauf. Hier ist schon wieder dieses Zeug. Ja. Scheiße. Jetzt habe ich, glaube ich... Habe ich irgendwas vercheckt? Ne, ne? Diese Tür kriege ich wahrscheinlich immer noch nicht auf. Oh, doch. Jetzt... Ah, ja, okay. Scheiße, da war ja das Zeug hinter. Genau. Da war das organische Material hinter. Wir haben noch diese Tür. Die immer noch verriegelt ist. Und hier haben wir auch noch das Ding, ne? Wie geht es noch mal nach unten? Hier ist auch noch organisches Zeug. Warte, wir lesen mal die Notizen. Wo ich irgendwas vercheckt habe. Schloss. Also das Schloss-Setting besser als... Als Dingens tatsächlich. Also ich finde, ähm... Das ist im Schloss hier gerade ein bisschen besser. Obwohl, ähm... Ich finde, die kann man noch schlecht miteinander vergleichen. Also Outlast und... Und Dingens. Some sort of organic issues can't be dissolved. Ich glaube, wir müssen noch mal ins Labor. Ich glaube, wir müssen noch mal ins Labor. Das war hier, ne? Wir haben auch irgendwas zum Auffüllen fürs Labor, ne? Irgendwie müssen wir dieses organische Zeug wegkriegen. Na, ich muss ganz ehrlich sagen. Bei Outlast war der Weg so ein bisschen vorgegeben. Wie du halt läufst und so. Und, ähm... Sowas alles. Und, ähm... Hier... Haben wir schon so ein bisschen mehr unseren eigenen Willen. Glaube ich irgendwie. Und müssen halt... Ja, irgendwie gucken, dass wir klarkommen. Vielleicht eben irgendwie. Geist, das war mein letztes Streichreuz. Ja, auch. Ich hab hier reingeguckt, ne? Stuhl hier weg. Genau, das haben wir gesehen. Ja. Eines Tages wird er zurückkommen. Ich bin ja auch immer so schlau und übersehe die Hälfte. Er kennt mich doch. Aber dieses war sie auch noch nicht. Warte mal. Warte mal. Ah, okay. Da kann ich das nicht drauf benutzen. Was ist mit hier? Ist hier irgendwie? For a different channel you need to continue. Hm, hier kann man auf jeden Fall hier was zusammen brodeln. Irgendwas haben wir übersehen, tatsächlich, glaube ich. Die Lampe ist ja aus. Kann man da wohl... Kann man da wohl was reintun mit diesem Pot? Dass wir irgendwie was... Aufnehmen müssen mit dem Pot. Und das da bei den Chemikalien zusammen brutzeln? Vielleicht? Ja, das stimmt schon. Also, mehr Gemeinsamkeiten sehe ich zwischen den beiden auch nicht. Das ist halt... Beide... Ja, first person, wie du schon sagst. Und... Ähm... Ja. Halt Horror. Und man kann nicht kämpfen. Aber sonst haben die, glaube ich, auch sehr wenig gemeinsam. Ich weiß gar nicht, Outlast und, ähm... Dingens, wie weit sind die Spiele auseinander? Jährlich gesehen? Also, von den... Jahren her? Müsste doch auch unbedingt das gleiche Zeitfenster sein, oder? So, und wir gucken. Irgendwie... War hier doch auch was in dem Weinkeller. Drei Jahre, okay. Ich würde sagen, das kam erst, oder? Amnesia kam erst, oder? Mal weg hier. Vielleicht kann mich hier irgendwas übersehen. Nee, hab ich nicht. Nehmen wir einmal ein Licht hier. Irgendwas haben wir übersehen, Keule. Hier im Weinkeller, also hier unten, haben wir auch tatsächlich nichts irgendwie mitgenommen. Nichts, was uns jetzt... ...tatsächlich weiterbringt. Nee, ich hab da nichts mehr von. Oh, sauber. Warte mal. Ich will mal was ausprobieren. Ah, okay. Das kann alles tragen, das Ding. Aber man kann kein Öl reinfüllen. Sehr gut. Das ist gut zu wissen. Dann heißt es ja... Aber da kann es ja nicht heißen, dass man da alles reinpacken kann. Hm. Irgendwas haben wir übersehen. Was läuft... Was ist hier? Aber das ist einfach mein Blut. Das kann ja nicht. Also hoch kann man da, glaube ich, nicht. Hey, das wäre Quatsch. Was wollen wir da oben? Mein Gott, da ist doch nichts. Nee, warum? Was sollten wir da wollen? Aber das mit diesen Dingern verstehe ich noch nicht ganz. Muss, wo wir die ja mal brauchen. Jetzt haben wir diese Story von diesem Wilhelm. Dass der dort ist. Ja, alles gut. Die Schiste da haben wir reingeguckt gehabt. Bats. Das haben wir auch gesehen. Hier war auch nichts drin. Nee. Das können wir vergessen. Vergessen. Die Tür haben wir zum Glück aufgemacht. Ja, also, wenn du mich das so fragst, wer wohl Amnesia gemacht hat, aus welchem Land die Entwickler wohl kommen. Ja, das ist eine gute Frage. Ich hätte ja fast gesagt, die kommen aus England, aber sonst würdest du es, glaube ich, nicht fragen. Deswegen würde ich behaupten, dass die nicht aus England kommen. Aber ich glaube, es ist auch kein großes Land. Sonst, also, schwierig. Wüsste ich jetzt nicht tatsächlich. Also, könnte ich jetzt nicht schätzen und sagen, ey, guck mal, aus dem Land kommen die. Will ich jetzt tatsächlich nicht, nicht wissen. Was ist das mit den Brettern hier? Ne, ich bin irgendwie auf dem Holzweg. Holzweg. Kann ich nochmal die Lampe auffüllen? Das war hier, glaube ich, ne? Ah, okay. Ah, Schweden! Die Leute kommen aus Schweden, die das gemacht haben. Alter, Schwede! Alter, Schwede! Hm. Ja, warum nicht? Genau, wie die Dänen, Dänen völlig überflüssig sind. Oh, guck mal hier. Oh, was haben wir hier noch? Buh. Na ja, so eine Kakerlake. Kann man die nehmen? Vielleicht brauche ich die. Ne. Hey, gib mal, warte mal. Schade, ich dachte, man kann so ein Ding tot machen. Oh, hier ist auch noch einer. Hm, es ist... ...rätselhaft. Wo können wir denn jetzt noch eben hingehen? Wir könnten hier wieder zurückgehen, aber was wollen wir hier wieder zurückfahren? Hier sind wir gekommen, ne? Achso. Ne. Wollen wir nicht. Die Macher von Outlast... ...weiß ich nicht. USA. Obwohl die Schweden und Norweger und so, die... ...also Skandinavier sind schon bekannt dafür, dass die Horrorgames machen. Also... ...könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen, tatsächlich. Hier sind nur diese normalen Steine. Damit kriege ich dieses Ding nicht kaputt. Das Holz. Ich und mein Holz. Ich laufe auch die ganze Zeit mit der Lampe rum, was dumm ist. Hier komme ich nicht runter. Aber hier kann ich nur rein. Kanadier! Canadians! Hier bin ich, glaube ich, auch gerade gewesen, ne? Ne, doch nicht. Ach, stimmt. Ja, hier war ich. Aber hier haben wir auch alles gesehen, ne? Genau, hier haben wir den Schlüssel geholt. Für den Weinkeller. Ganz klassisch. Wir müssen irgendwie in ein Laboratorium. Evidence in the laboratory has revealed that combining four chemicals can create a powerful exit. Boah, ich bin so dumm! Vier Stück. Eins, zwei, drei, vier. Die müssen da rein. Oh! Heureka, Alter. Wirklich. Wie kann man so blöd sein? Habe ich doch eingesammelt, alles. Lächerlich, ich becher mich. Barkeeper, hau raus. Aua, tot. Wirklich. Oh, Dominik. Komm. Irgendwie. Blöd kannst du sein, ne? Aber so blöd nur auch nicht. Ja, ist so. Und vor allem nicht nur, ähm, das Setting, sondern auch, everything on this, äh, game could be in England. Und... Oh, wait. So, guck, jetzt kann ich das da rein machen. Einmal. Zweimal. Nein. Uiuiuiuiuiui. Noch rein. Ah. Need to turn on the burner. So, Burner's on. Ey. Ich dachte gerade, wir hatten das Licht hier angemacht. So, und dann brauche ich dies. Oh, ne, doch nicht. Tag. 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 Oh. Ähm, habe ich es verkackt? Ich glaube wohl. Oh, hier im Licht an Keule. Ich sehe ja gar nichts. Ich brauche eben irgendwas, was man da drunter packen kann. Hier mehr. Nee. Hier irgendwas anderes, was man da drunter packen kann. Das ist noch was hier. Wie ein Embe. Muss eben irgendwas drunter. Das ist auch scheiße. Das funktioniert nicht. Aber die Idee ist doch nicht schlecht, oder? Jetzt macht er den Brenner an. Ich brauche hier aber irgendwas, was ich da drunter setzen kann. Ich weiß nicht, warum der das nicht nimmt. Ich weiß nicht, warum der das nicht nimmt. Ja, sag ich ja. Die Schweden sind immer sehr dafür bekannt, ähm, Thriller, gute Thriller zu machen. Und so, ne? Die Kastanien, Mörder und wie das alles heißt. Das war schon sehr, sehr, sehr gut. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir diese Flüssigkeit benutzen können. The stairs have collapsed. Find a way to climb back up. Okay. Weil die Dinger kaputt sind. Dann können wir hier doch hoch, oder nicht? Hm, okay. Hier, wa? Opa Jürgen, der mochte halt eben. Zack. Hoch. Hier rüber. Die war mal hier, der hatte irgendwo seinen Ball hier hingeschmissen. Oha, oha, oha. Lauf, 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 lauf. Oh, hier ist überall dieses Zeug. Jetzt mittlerweile. Ähm. Da muss man lieber das eben hier vorstreuen. Aber ich will noch mal gucken, was hier oben passiert ist. Ob wir hier jetzt endlich mal durchkommen. Ne, auch nicht. Ist immer noch abgeschlossen. Nach dem Motto, zack, jawoll. Den hätte ich ja so überlebt, den Schaden. Und. Kampi Torbe Hand or Tools. Ja, okay. Pass mal den mal auf. Tschüss. So, und das mache ich schon wieder ein bisschen mehr als an Outlast. Dass man hier so ein bisschen Hirn einschalten muss. Hören. Kook. 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 Vielen Dank.